In dem Beruf mache ich viele Sachen von Reifenwechsel bis zu Service, aber auch andere Mechaniker helfen bei Getriebewechsel, Motorwechsel oder sonstigen Arbeiten und habe überall so meine Hand ein bisschen drin, aber kann auch schon so kleine Arbeiten selber machen. Im Lehrberuf ist technisches Denken auf jeden Fall wichtig und auch, dass man vielleicht so ein 3D-Verständnis hat. Klar rechnen auf jeden Fall und Geduld. Geduld ist wichtig. Also das Team bei uns ist wirklich sehr toll. Das Arbeitsklima ist wirklich gut. Du kannst bei Schwierigkeiten oder so jeden fragen. Wir haben nur gute Mechaniker und Autos sind auch sehr toll bei uns. Ich bin stolz darauf, wenn ich eine Arbeit fertig habe. Wenn ich das Endprodukt nachher sehe und danach weiß, ich gebe das Auto jetzt einen Kunden und der fährt glücklich nach Hause. Das macht mich schon stolz.